Und wie hat sich euer Sexleben im ersten halben Jahr mit Kind gestaltet? Also ab Woche drei. War halt nicht mehr tagtäglich, so wie wir es vorher halt eben hatten. Vielleicht alle zwei Wochen mal, wenn es hochkommt. Wir haben halt immer versucht, es so zu machen, dass es halt eben abends ist, wenn der Kleine schläft. Das ist natürlich auch nicht immer was geworden, weil irgendwas ist ja immer. Genau, also manchmal ist er dann, oder ist der Kleine dann halt eben auch wach geworden davon. Und dann haben wir es halt eben abgebrochen und haben dann entweder später weitergemacht oder weil wir dann so lange gebraucht haben, bis er wieder einschläft oder so. Dann haben wir es auch manchmal generell sein lassen. Wenn ihr jetzt Sex habt im Vergleich zu früher, wie sieht er aus? Auf jeden Fall nicht mehr ganz so wild, würde ich jetzt sagen. Es ist schon weniger geworden auf jeden Fall. Spielzeug ist auf jeden Fall immer noch präsent. Nicht immer, aber je nach Lust und Laune halt eben. Aber es ist auf jeden Fall schon dolle weniger geworden von der Intensität auf jeden Fall. Nicht mehr so, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt dahin. Wir machen jetzt in der Küche oder in der Dusche oder sowas. Also es ist halt meistens, es spielt sich alles nur noch im Schlafzimmer halt eben ab, wenn der Kleine dann halt eben schläft. Und selbst da muss man dann halt auch manchmal noch ein bisschen aufpassen. Wir haben ja immer das Babyfone daneben zu stehen und gucken halt eben auch ab und an mal. Also man ist irgendwie trotzdem immer so noch mit dem Kopf beim Baby, ja klar. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Darum muss man für solche Sachen eine Lösung finden, weil es wird nicht mehr so sein und das kann auch hormonell gar nicht so sein, dass ihr euch anguckt und denkt, ich lasse uns die Klamotten vom Leib reißen, ja, sondern ihr guckt euch an und denkt, ach, der blöde Sack ist heute Nacht wieder nicht aufgestanden, ja. Richtig. Das ist wahrscheinlich eher so. Ja. Und das ist wohl völlig normal, das ist das Gute daran. Nur, wenn ihr beides integrieren wollt, ohne dass ihr unzufrieden seid, dann müssen wir uns was ausdenken. Für morgen Sex bist du nicht zu haben, ne? Doch, doch, doch. Also das wäre zum Beispiel, fand ich, sehr leicht zu integrieren, wenn man ein Kind hat, was ein bisschen länger schläft als halb sechs oder irgendwas Brutales, direkt den Schwung nutzen. Dann bist du nämlich relativ wach, hast schön ein rosa Bäckchen zum Frühstück, bist gut gelaunt, hast ein ganz anderes Energielevel, als wenn du immer darauf hin arbeitest, dass du irgendwann Sex haben kannst. Und dann habt ihr aber diese Grundzufriedenheit schon in euch. Und ich fand das immer gerade mit diesem Übermaß an Erschöpfung viel, viel leichter, morgen Sex zu haben als abends, wenn die ganze Schwere des Alltags einen so runterwirkt und man nur noch Sachen im Kopf hat, die man noch machen muss und die man wieder nicht hingekriegt hat und so weiter. Also das ist auf jeden Fall schon, ja, da sind wir unheimlich wirklich draufgekommen. Dann würde ich eben auch die Erwartungen so runterschrauben, dass ihr sagt, okay, mit so okayem Sex sind wir zufrieden. Es muss jetzt nicht was für die Ewigkeit sein, das, was so ins Preisbuch kommt, sondern man sagt, heute haben wir schön gevögelt, fertig. Ja. Und ansonsten gibt es natürlich tausend Hilfsmittel, da muss man aber richtig motiviert sein. Keine Ahnung, Sex-Apps oder so Spielchen, die man sich gegenseitig zuschiebt. Und super zum Beispiel finde ich so Rollenspiele. Ohne Verkleiden, einfach im Kopf haben, nur so kleine Ausflüchte schaffen. Weißt du? Das ist der Trick, weil der Alltag wird euch nichts, wird euch keine Hand reichen. Nein, das haben wir schon gemerkt. Und wenn es richtig nervig wird und ihr merkt, wir können das überhaupt nicht integrieren, dann verpflichtet ihr euch einfach, zack, Dienstag 19.45 Uhr muss sein. Dann hat man praktisch, während man es macht, auch wenn man vorher dachte, boah, überhaupt keinen Bock heute, kriegt man währenddessen immer Lust. Ja.